Geschichte 4 Die magische Reise zum Sternental Es war einmal ein kleines Mädchen namens Emily, das eine unglaubliche Vorstellungskraft besaß. Ihre Fantasie kannte keine Grenzen, und sie liebte es, in ferne Welten einzutauchen und aufregende Abenteuer zu erleben. Jede Nacht, bevor sie schlafen ging, erfand sie neue Geschichten und träumte von magischen Orten. Eines Abends, als der Mond hoch am Himmel stand und die Sterne in ihrer ganzen Pracht leuchteten, entdeckte Emily ein geheimnisvolles Buch in ihrem Bücherregal. Das Buch hatte einen leuchtenden Einband und hieß, Die magische Reise zum Sternental. Emily spürte sofort, dass dies kein gewöhnliches Buch war. Voller Neugier begann sie zu lesen und wurde sofort in die Geschichte hineingezogen. Es erzählte von einem verborgenen Ort, dem Sternental, an dem Wünsche wahr werden und die Träume der Kinder lebendig werden. Emily war begeistert und sehnte sich danach, das Sternental zu besuchen. In der Geschichte hieß es, dass der Weg zum Sternental nur bei Vollmond zu finden sei. Emily schaute aus dem Fenster und sah den glänzenden Vollmond am Himmel. Sie wusste, dass dies ihre Chance war. Mutig öffnete sie das Buch und plötzlich wurde sie von einem magischen Wirbelwind erfasst. Als Emily die Augen öffnete, befand sie sich an einem faszinierenden Ort. Über ihr erstreckte sich ein funkelnder Himmel voller Sterne, und unter ihr erstreckte sich eine zauberhafte Landschaft. Sie war im Sternental gelandet. Die Luft war erfüllt von einem sanften Glitzern und einem wohltönten Duft nach süßen Blumen. Emily konnte nicht anders, als vor Freude zu strahlen. Sie wusste, dass sie eine unglaubliche Reise vor sich hatte. Emily erkundete das Sternental und traf auf wundervolle Wesen. Da waren die Sternenelfen, die mit ihrem zauberhaften Tanz den Himmel erleuchteten. Sie begegnete den Gute-Nacht-Wölkchen, die süße Träume verbreiteten, und den Singvögeln, die mit ihren Melodien die Herzen der Kinder erfreuten. Auf ihrer Reise traf Emily auch auf den Waisen der Sterne, einen alten Mann mit einem langen, silbernen Bart. Er erklärte ihr, dass sie eine besondere Aufgabe hatte, sie sollte den Sternenstopp, der die Kraft der Träume enthielt, in die Welt der Kinder bringen, um ihre Fantasie und Kreativität zu stärken. Emily nahm die Aufgabe an und reiste durch das Sternental, um den kostbaren Sternenstopp zu sammeln. Sie füllte kleine Fläschchen mit dem funkelnden Staub und versprach, ihn in der realen Welt zu verteilen, um den Kindern magische Träume zu schenken. Nach einer unvergesslichen Zeit im Sternental fühlte Emily, dass es Zeit war, zurückzukehren. Der Weise der Sterne begleitete sie zum magischen Wirbelwind, der sie sicher nach Hause bringen würde. Mit einem wehmütigen Blick auf das Sternental und voller Dankbarkeit für die wunderbaren Erlebnisse machte sich Emily bereit, Abschied zu nehmen. Der Wirbelwind hob Emily sanft hoch und trug sie durch den funkelnden Himmel zurück in ihre Welt. Als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte, sah Emily, wie der Vollmond langsam hinter den Wolken verschwand. Es war, als würde er ihr zum Abschied winken. Emily kehrte in ihr Zimmer zurück und betrachtete das Buch, das sie auf diese fantastische Reise mitgenommen hatte. Es war nun ein kostbares Erinnerungsstück an ihre Abenteuer im Sternental. Sie wusste, dass sie die Magie dieses Ortes für immer in ihrem Herzen tragen würde. In den nächsten Nächten verwandelte Emily den Sternenstopp, den sie aus dem Sternental mitgebracht hatte, in glitzernde Träume für sich und ihre Freunde. Jeden Abend bevor sie schlafen ging, verteilte sie den Sternenstopp über ihre Kissen, damit ihre Träume voller Magie und Fantasie waren. Emily erkannte, dass die wahre Magie nicht nur in fernen Welten existierte, sondern auch in ihrer eigenen Vorstellungskraft und in den Träumen, die sie zum Leben erweckte. Sie lernte, dass sie die Welt um sich herum mit ihren eigenen Ideen und Geschichten verzaubern konnte. Und so endet die Geschichte von Emily und ihrer magischen Reise zum Sternental. Gute Nacht, meine lieben Kinder, und mögen eure Träume euch in fantastische Welten führen, in denen alles möglich ist. Denkt daran, dass ihr die Schöpfer eurer eigenen Abenteuer seid und dass die Magie immer in euch steckt. Träumt süß und lasst eure Fantasie euch auf unvergessliche Reisen führen.